Heute backe ich die Choc Chip Banana Cookies, die ich zusammen mit Better Baking kreiert habe. Sie sind super schnell gemacht und einfach nur mega lecker. Dafür brauchen wir natürlich die Backmischung. Die Cookies sind bio, mit Dinkelmehl und mit Vollrottzucker gesüßt. Um die Cookies zu Hause zu backen, braucht man nur noch Öl und pflanzliche Milch. Hier seht ihr die Bananenstücke und die Schokochips. Außerdem stecken in den Cookies Haferflocken. Die Cookies rollen wir dann einfach mit der Hand schön rund, bevor wir sie dann platt drücken. Ab aufs Flech und in den Ofen damit. Und schon sind die Cookies fertig. Nach dem Backen kurz abkühlen lassen, auch wenn es schwer fällt. Lauwarm sind die Cookies am besten. Richtig crunchy von außen und chewy von innen. Einfach die ultimativen Cookies.